Wie bewerten Sie die Migration im Kontext des gesellschaftlichen Wandels? Migration scheint mir eine Herausforderung zu sein, wobei eigentlich Migration ja was sehr Modernes ist. Wir werden herausgefordert als moderne Menschen, wir sind flexibel, wir sind neugierig, wir wollen uns weiterentwickeln. Wir sind vernetzt durch die neuen Technologien, haben ja auch gute Informationen über die Welt. Und dann sitzen wir irgendwo in irgendeinem Land in Afrika und haben gute Informationen und denken jetzt, ich bin moderner Mensch, ich mache mich auf und gehe zum Beispiel nach Europa. Und erfahre dann, weiß das vielleicht schon vorher, das ist nicht erwünscht. Und vor allem werde ich nicht als moderner Mensch betrachtet, sondern als jemand, der als Bittsteller kommt, als Armer, als, tja, nicht gleichwertig auf jeden Fall. Das scheint mir eine Herausforderung zu sein für unsere Gesellschaft zu begreifen, dass Modernität, dass Globalisierung, dass die notwendig auch Migration beinhaltet. Also das ist sozusagen nicht abschließbar. Also selbst wenn wir versuchen, Grenzsysteme einzurichten, also nationale Grenzsysteme, also im Mittelmeer mit so, da wird es immer Schlupflöcher geben, da wird es immer Möglichkeiten geben. Und es ist sozusagen, wir müssten eher als Gesellschaften die Perspektive haben, Form zu finden, angemessen damit umzugehen, auch mit unserer Verantwortlichkeit. Und was wir gerade haben, so in der Diskussion, als Herausforderung, dass wir von Flüchtlingskrise reden, finde ich einen furchtbaren Begriff, weil mit diesem Begriff wird nicht gedacht an Geflüchtete, die wahrlich eine Krise erleben und was diese Krise für diese Geflüchteten bedeutet, sondern mit dem Wort Flüchtlingskrise meinen wir eine Krise der Gesellschaft. Ich finde eigentlich den Begriff europäische Verantwortungskrise, also das hat mal ein schwedischer Politiker gesagt, wir haben eine europäische Verantwortungskrise in Bezug auf Flucht und Migration, weil wir wollen keine Verantwortung übernehmen für die Prozesse in der Welt, für die wir selber als Gesellschaften mitverantwortlich sind. Im Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen Wandel ist häufig von Diversität die Rede. Wie lässt sich der Begriff der gesellschaftlichen Diversität konkreter fassen? Was meinen wir mit gesellschaftlicher Diversität? Also ich neige immer dazu zu sagen, wir haben in unserer Gesellschaft, also nicht, weil ich die einführen möchte oder nicht, weil ich die jeweils neu erfinde, sondern ich beobachte in unserer Gesellschaft sozial bedeutsame Differenzlinien. Und diese sozial bedeutsamen Differenzlinien, die haben mit, wie immer man das auch begrifflich fassen will, mit Schichtungs- und Klassenverhältnissen zu tun, die haben mit Generationenverhältnissen zu tun, die haben mit Geschlechterverhältnissen zu tun, die haben mit Migrationsverhältnissen zu tun, die haben mit Verhältnissen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung zu tun. Also das wären so die Hauptdifferenzlinien. Und also das sind gesellschaftlich bedeutsame Differenzlinien. Und wenn wir uns jetzt die Fachdiskurse anschauen und die sozialen Bewegungen anschauen, dann stellen wir fest, das kommt alles vor, aber getrennt voneinander. Also es gibt eine Geschlechterforschung und es gibt eine Migrationspädagogik, eine Migrationsforschung und es gibt Gerontologie und es gibt die Sonderpädagogik, aber alles getrennt voneinander. Und Diversity ist sozusagen die Chance, die Dinge eher ein bisschen mehr im Zusammenhang zu sehen. Wie kann Schule Vielfalt zunächst anerkennen und dann fördern? Worum geht es bei Diversity? Bei Diversity geht es darum, dass Lehrkräfte und vor allem die Organisation Schule erkennt, dass es eine Verantwortung hat für die Lebenschancen von Menschen. Und das ist kein lustiges Spiel oder so und das ist kein harmonisches Ding, sondern das ist ein verantwortungsvolles, konfliktreiches Feld, wo man mit einer Gesellschaft zu tun kommt, die sich ständig verändert. Und man muss ständig darauf reagieren und damit umgehen. Also es ist auch nicht statisch, es ist nicht fest. Es verlangt von den Lehrkräften die hohe Kompetenz mit Ambiguität und Ungewissheit umgehen zu können. Also nicht alles vorher zu wissen, also damit umgehen zu können, dass nicht alles klar ist. Im Gegenteil. Und das als positiv zu sehen, also zu wissen, dass ich nicht weiß und das auszuhalten. Wie muss sich die Schule als System ändern, damit der Umgang mit Diversität gelingt? Was wir aus dem Unternehmensbereich lernen können, wenn Lehrkräfte sich dann als Pädagogen fühlen, denken sie immer, also Pädagogik ist Beziehungsarbeit oder mit einer Gruppe arbeiten. Aber Pädagogik ist auch sich klar werden über die Rahmung, in der man arbeitet. Und was wir aus den Wirtschaftswissenschaften lernen können, ist, dass Diversity Management ist auch Schulentwicklung, ist Organisationsentwicklung, ist Personalentwicklung, ist, also es sind viel mehr Ebenen wie direkte Interaktion mit Schüler und Schülerinnen. Der Umgang mit Diversität wird häufig im Gegenstandsbereich von Bildung und Erziehung verortet. Worin bestehen Begründungen und Grundzüge einer diversitätssensiblen Pädagogik? Für mich hat das sehr viel mit sozialer Gerechtigkeit auch zu tun. Und ich, also wenn ich diese verschiedenen Differenzlinien, wo nicht alle, aber manche und in unterschiedlicher und sehr komplexen Weise, zu Ausschlussverhältnissen führen, zu Schubladisierungen sozusagen, zu festlegenden Zuschreibungen, zu Erfahrungen von Entwertung oder Nichtwirksamkeit oder geringerem Selbstbewusstsein oder sowas. Also diese Differenzlinien, die kann ich ignorieren, die muss ich nicht wahrnehmen. Wenn ich das aber tue, dann arbeite ich nicht mit an einem Projekt, was ich Demokratie und soziale Gerechtigkeit nennen würde, sondern dann bin ich irgendwie ignorant gegenüber Verhältnissen, wo sich dann sozusagen das Gegenteil einstellt mit der Zeit. Und wenn ich nicht ignorant sein will, dann mache ich Diversity Management. Und dann fangen die Probleme sozusagen erst richtig an, weil ich muss aufpassen, worüber wir vorher auch geredet haben, dass ich von diesem allgemeinen Wissen über Differenzlinien und strukturelle Verhältnisse dieses Wissen nicht über konkrete Menschen stülpe, sondern konkrete Menschen sind immer konkrete Menschen in konkreten sozialen Kontexten. Und das darf ich auch bei Diversity Management nicht aus den Augen verlieren. Also eine untersuchende Haltung einzunehmen, also als Lehrkraft eine untersuchende Haltung einzunehmen, scheint mir überaus bedeutsam zu sein. Und eine untersuchende Haltung ist aber etwas, da bin ich auf meine Institution Schule, auf meine Organisation angewiesen. Die muss das fördern und zulassen, die muss dafür Räume zur Verfügung stellen. Das ist eine zentrale Frage von Schulentwicklung. Also die Organisation muss so sein, dass es passt. Wenn das nicht passt, dann brauche ich auch keine pädagogischen Konzepte. Vielen Dank.